Aus der Literatur jemand? Ja, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn auch schon gehört. Hat er Gutes gemacht? Kabarettisch? Ja, im ersten Weltkrieg. Ich weiss, wie man den Namen schreibt. Ein Generalist war es. Oh ja, das weiss man natürlich. Henri Guissard, natürlich. Der war hier in der Schweiz wichtig. Puh. Schriftsteller? Auch nicht? Okay. Aber war er ein Franzosen oder ein Welschen? War er ein Schweizer? Ja. Oh, das war der, der die Leute geholt hat? So we just know General Magadar? Vielleicht war er Hauptmann? Oder Major? Das haben wir noch nicht durchgenommen.